Was geht wirklich zwischen Mats Hummels und Ex-Germany's Next Topmodel Celine Bettmann? Vor wenigen Tagen postete das Model in ihrer Instagram-Story ein Foto von einem Dinner-Date, auf dem sie Mats Hummels verlinkte. Seitdem brodelt die Gerüchteküche. Mats Hummels noch Ehefrau Kathi reagierte prompt auf die Liebesnews. "'Heute Abend hab ich ein Dinner-Date mit Ludwig,' schrieb die Moderatorin zu einem Foto und versah den Post mit dem Hashtag Das öffentlich gemachte Date ihres Mannes scheint Kathi nicht ganz so gut zu gefallen. Beim GHD-Launch-Event bestätigte Celine nun kürzlich gegenüber RTL, dass sie den Profikicker tatsächlich datet. In ihrer Instagram-Story postete die 23-Jährige jetzt einen Chat-Verlauf mit Mats, in dem der Fußballer bestätigt, dass er Single ist. Die Aktion verwundert, da sich Kathi und Mats bisher trotz Trennungsgerüchten nie offiziell zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus geäußert hatten.